Hi zusammen! In diesem Video zeige ich euch, wie ihr aus einer herkömmlichen Android-TV-Box eine All-in-One-Retro-Konsole machen könnt. Und das Beste an der ganzen Sache, mit diesem Tutorial hier könnt ihr das nicht nur super einfach selber machen, sondern ihr habt auch noch die Chance, dieses Ding, diese meine Android-TV-Box und Retro-Konsole auch noch zu gewinnen. Wie das alles funktioniert, zeige ich euch jetzt. Und damit hallo und willkommen zu einem neuen Video hier auf Spielewelten. Wie schon im Intro gesagt, werde ich euch zeigen, wie ihr aus diesem Ding hier eine All-in-One-Retro-Konsole machen könnt. Aber an erster Stelle möchte ich mich bei euch allen bedanken, denn ohne euren Support wäre dieses Video hier nicht möglich gewesen. Und um euch ein Stück dessen zurückzugeben, möchte ich eben dieses Schnicke-Ding hier verlosen an euch. Mehr Details dazu erfahrt ihr im Video. Und ganz am Ende sage ich euch noch, was ihr dafür tun müsst. Also lasst uns loslegen. Wir gucken uns erstmal die Android-TV-Box an, die ich mir gekauft habe. Dann schauen wir uns an, welche Komponenten für dieses Tutorial, für diesen Mod benötigt werden. Und wie sich das Ganze denn alles herausspielt. Da fangen wir an. Ich habe ein ähnliches Video zu diesem Thema bei meinem YouTube-Kollegen ETA Prime gesehen. Und fand das ziemlich spannend, wollte es ausprobieren und habe mir bei Amazon diese Smart-TV-Box gekauft. Das ist der X96 Air. Und hier seht ihr schon so ein paar Specs. Da drin steckt ein M-Logic S900 5X3-Chip. Wir haben 8K Ultra-HD-Fähigkeit hier drin. Wir haben einen Ethernet-Anschluss. Das Ding ist Wi-Fi-fähig. USB-3-Anschluss. Wir haben DDR-RAM. Und können das Ganze mit einer Micro-SD-Karte betreiben. Das ist sehr, sehr wichtig. Und das Gerät läuft auf Android 9. Wenn ihr euch das Gerät kaufen wollt, so wie ich es hier bestellt habe, für einen Selbstversuch, dann schaut in die Videobeschreibung. Der Link ist drin. Gekostet hat mich diese Box 50 Euro. Und an sich als Android-Box ist das Gerät schon nicht schlecht. Wir haben 8K-Fähigkeit laut Herstellerangaben. Konnte ich aber in Ermangelung eines 8K-fähigen Fernsehers natürlich nicht testen. Aber grundsätzlich macht es die Android-TV-Box, was sie soll. Sie verwandelt euren Fernseher in einen Smart-TV. Ich zeige euch jetzt einfach mal, was in diesem Package alles drin ist. Zum einen haben wir hier natürlich die TV-Box an sich. Die sieht so aus. Ist ziemlich klein. X96 R. Meine hatte hier oben schon einen kleinen Kratzer, wie ihr seht. Also ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich Neuware war oder nicht. Ist aber egal. Es gibt einen kleinen Display hier. An der Seite ist nichts. Hinten haben wir ein paar Anschlüsse. Stromanschluss, ein Optical Out für Audio, ein HDMI Out, ein LAN-Port. Dann ein AV-Kabel oder AV-Anschluss für Fernseher, die vielleicht noch kein HDMI haben. Ist eigentlich ziemlich cool. Und ein USB-Port auf der Rückseite. Und an der Seite haben wir noch einen zusätzlichen USB-2-Port, den SD-Karten-Slot und den eben genannten USB-3-Port. Das war's. Ziemlich rudimentär, aber viel mehr braucht es nicht. Dann gibt es hier noch ein paar andere Dinge, die ich euch noch zeigen möchte. Ich will ja hier das Komplett-Package vorstellen. Hier drin haben wir noch folgende Dinge. Wir haben eine kleine Bedienungsanleitung. Die ist aber nicht der Rede wert. Ihr erklärt einfach nur, wie ihr was anzuschließen habt. Aber wenn ihr ein bisschen Ahnung von der Materie habt, dann kriegt ihr das Haus selber hin. Es liegt ein HDMI-Kabel bei. Ganz rudimentär brauchen wir natürlich später auch. Ein Stromkabel bzw. der Netzwerk-Adapter, der liegt hier bei. Und wir haben eine kleine Fernbedienung. Und die solltet ihr auch nutzen und da erstmal Batterien reinstecken, die es übrigens hier nicht dazu gab. Denn damit könnt ihr das Gerät an- und ausmachen. Einen separaten Power-Schalter hat der X96R bei mir in diesem Fall nicht. Es gibt andere TV-Boxen, bei denen das Ganze auch funktioniert. Wichtig ist nur, dass der richtige Chip drin ist. Meins hat, wie gesagt, den M-Logic S905X3. Welche Chipsets kompatibel sind, das findet ihr auch in der Videobeschreibung. Wichtig ist, dass eure Box das kann. Denn ansonsten funktioniert dieses Tutorial nicht. Denn wir werden jetzt auf einer SD-Karte MU-ELEC drauf installieren. Und diese wird dann per Boot-Sequenz auf dem Gerät hier ausgeführt. Ja, das ist eben das Package, was benötigt wird. Aber um das Tutorial vollends auch ausführen zu können, empfiehlt es sich, noch ein paar andere Dinge mitzunehmen. Zum einen würde ich euch empfehlen, eine Maus euch zu besorgen. Ich habe hier eine ganz kleine Maus, die lag bei mir noch irgendwo rum. Und die habe ich mir dazu genommen und habe die hier in einen freien USB-Port des Geräts gesteckt. Na. So. Denn damit kann man das Menü der Android-Box ziemlich einfach navigieren. Darüber hinaus habe ich mir einen Controller dazu genommen. Denn wir wollen schließlich mit dem Gerät zocken. Also brauchen wir einen Controller. Das hier ist ein kabelgebundener Xbox 360 Controller. Das liegt bei mir einfach daran, dass ich hier in meinem Setup ziemlich nah an meinem Rechner hocke und am Fernseher. Deshalb oder am Monitor eher gesagt. Deshalb ist mir das egal, ob der Kabel gebunden ist oder nicht. Das Gerät hat aber Wi-Fi und auch Bluetooth-Unterstützung. Wenn ihr euch also einen Bluetooth-Controller dazu nehmen wollt, wie den Xbox One S Controller zum Beispiel oder einen DualShock, könnt ihr das auch tun. Ich für meinen Fall habe aber hier ein kabelgebundener. Und zwei weitere Dinge. Einer ist wichtig. Eins ist unwichtig. Ihr braucht natürlich, und das ist sehr, sehr wichtig, eine SD-Karte. Und hier in dem Fall habe ich eine 64 GB Intenso SD-Karte. Und wichtig ist, dass die natürlich genügend Platz hat. Ich empfehle euch mindestens eine 64er Karte. Auch die hier, die ich mir hier gerade in Händen halte, in die Kamerazeige, findet ihr in der Videobeschreibung. Aber ihr solltet unbedingt darauf achten, dass es eine schnelle SD-Karte ist. Denn das Aufspielen von MU-ELEC auf die TV-Android-Box braucht ein bisschen Power. Und deshalb ist es sinnvoll, da eine schnelle SD-Karte zu verwenden. Ich habe anfangs mit einer 32er SD-Karte probiert. Die war aber nicht so schnell und bei der hat es nicht funktioniert. Und optional vielleicht noch einen USB-Stick. Wieso der wichtig wird, ist einfach erklärt. Ihr könnt, nachdem ihr MU-ELEC geflasht habt, eure ROMs direkt auf die SD-Karte klatschen. Aber die ROM-Partition ist eine Linux-Partition. Das heißt, wenn ihr keine Möglichkeit habt, auf Linux draufzugreifen und habt auch keinen Bock, euch ein separates Programm zu installieren oder separater Linux-Driver für Windows, dann empfiehlt er sich, eure ROMs auf einen normalen USB-Stick zu packen. Denn damit könnt ihr im MU-ELEC die ROMs auf die SD-Karte übertragen. Also wie gesagt, ist optional, kann man aber dazu nehmen, falls es mit dem MU-ELEC und mit den Linux-Partitionen auf eurem Rechner nicht funktioniert. Und sobald man alles hat, geht es dann letztendlich ans Anschließen. Das ist ziemlich easy. Ihr nehmt euch die HDMI-Kabel dazu. Das eine Ende kommt in die Box und das andere Ende natürlich in euren Fernseher. Dann schließt ihr noch das Stromkabel an und könnt die Box schon mal hochfahren. Alles andere brauchen wir erstmal nicht. Ich zeige euch für den Moment erst einmal die Oberfläche der Android TV-Box als solche, wenn ihr das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmt. Habt ihr die Android TV-Box das erste Mal hochgefahren, findet ihr euch in diesem Menü wieder. Ihr seht, ich kann diesen Maus-Cursor hier steuern. Das liegt einfach daran, dass ich meine kleine Maus eben in dem Gerät per USB-Kabel eingesteckt habe. Wir können hier verschiedene Apps auswählen. Ich könnte jetzt also die YouTube-App starten. Ich könnte Netflix starten. Ich könnte Kodi starten oder in den Google Play Store gehen. Die Dinger sind hier schon vorinstalliert und haben auch eigentlich genug Power, um euch alle multimedialen Wünsche zu erfüllen, die ihr so habt. Ihr könnt hier ins Internet gehen mit dem Chrome-Browser, alles absolut kein Problem, sofern ihr euch eure WLAN-Verbindung konfiguriert habt. Das geht ganz einfach. Ihr könnt hier auf Settings gehen, in die Einstellungen, dann sucht ihr euch euer Netzwerk wie bei jedem anderen Android-Gerät auch. Also ob es jetzt euer Smartphone, euer Tablet ist oder euer Smart TV, das ist ja alles identisch. Dann haben wir hier noch ein paar Apps, die wir uns angucken können. Wir können also hier zum Beispiel nochmal Chrome starten. Wir können in den Datei-Browser gehen und so weiter und so fort. Ziemlich rudimentär. Hier haben wir nochmal die Amazon Prime-App. Man kann jetzt natürlich hingehen und sich aus dem Google Play Store, sofern man denn dort angemeldet ist, auch schon alle Emulatoren herunterladen, die man so haben möchte. Ob jetzt PPSSPP oder der Mupin64-Emulator oder der Emulator für GBA oder RetroArch, was auch immer. Dann tauchen die hier als Symbole auf in dieser Fläche hier unten und dann könnt ihr die von hier aus natürlich auch starten und auch so loslegen. Geht auf, funktioniert dann so ähnlich wie bei einer Android, wie bei einer Nvidia Shield TV-Konsole. Finde ich jetzt aber alles ein bisschen unglücklich. Ich brauche für meinen Retro-Gamer-Flair eine besondere Oberfläche und die schaffen wir uns eben mit MU-Elect. Dafür machen wir das System jetzt wieder erst einmal aus. Ich wollte euch in diesem Schritt einfach nur die Android-Oberfläche zeigen. Wir nehmen uns jetzt die Micro-SD-Karte und stecken die in den PC und dort sehen wir uns gleich wieder. Ja, steckt eure Micro-SD-Karte also im PC, wird es Zeit, sich den neuesten Release von MU-Elect zu besorgen. Dem Betriebssystem, wenn ihr so wollt, dass wir gleich auf die SD-Karte spielen. Geht dazu auf die GitHub-Seite. Den Link dazu findet ihr übrigens auch in der Videobeschreibung. Und saugt euch das aktuelle Release. Das ist dieses hier, Version 3.9 vom 24. Oktober 2020. Scrollt ein bisschen runter und saugt euch dieses Image. MU-Elect-Arm-Logic-NG.ARM-3.9-Generic-Image.GZ Das brauchen wir nichts anderes. Hier gibt es auch Images für Android-Geräte und für andere Geräte, aber ich habe mir die M-Logic Smart-TV-Box geholt und deshalb brauche ich dieses Image. Einfach draufklicken, dann speichern und fertig. Ich habe es schon getan, deshalb mache ich es in diesem Fall nicht. Wenn ihr euch genauer informieren wollt, welche Geräte alle unterstützt werden, ich habe euch noch einen weiteren Link in die Videobeschreibung gepackt. Dieser hier führt euch zum MU-Elect-Wiki. Hier steht alles drin, was ihr braucht, um das Ganze über die Bühne zu kriegen. Hier habt ihr eine kleine Legende und da steht eben auch Supported Devices. Wenn ihr da drauf geht, seht ihr, welche Devices bei dieser Variante unterstützt werden, welche Geräte. Und hier steht, fast alle M-Logic-Geräte werden unterstützt. Und hier seht ihr auch noch die Chipset-Nummern. Und ich habe eben, wie ihr vorhin an der Box gesehen habt, das Gerät mit dem M-Logic S905X3. Wichtig ist, dass ihr eins dieser Geräte habt. Wenn ihr bei Amazon eine eigene Box suchen wollt, dann gebt am besten M-Logic S905, S912 oder A3111D ein, plus den Zusatz TV-Box, dann dürft ihr euch das richtige Gerät finden. Und sobald ihr das getan habt, könnt ihr euch also das Image ziehen. Habt ihr das getan, geht in den Ordner, wo ihr das Image hingeladen habt und entpackt das Ganze. Dann kriegt ihr eine Image-Datei. Hier seht ihr eine weitere Datei, AX2FSD. Das ist ein spezieller Treiber für Windows, der es euch ermöglicht, auf Linux-basierte Partitionen zuzugreifen. Den brauchen wir, um später auf die ROMs-Ordner zugreifen zu können. Wo ihr den findet, das zeige ich euch auch in der Videobeschreibung. Geht hin und ladet euch den und installiert diesen auch. Falls ihr den PC neu starten müsst, nachdem ihr es installiert habt, dann tut das bitte. So, somit haben wir also das notwendige Image. MU-ELEC, IM-Logic, NG 3.9, Generic, wichtig. Jetzt brauchen wir ein Tool, mit dem wir eben dieses Image auf die SD-Karte bekommen. Installiert dann ein Tool wie den WIN32-Disk-Imager, um die Image-Datei auf die SD-Karte zu packen. Wichtig ist, dass beim Datenträger natürlich auch eure SD-Karte drin steht. Wählt das Image aus, drückt auf Öffnen und dann unten auf den Button Schreiben. Wenn ihr das getan habt, dann dauert es eine ganze Weile, bis das Image geschrieben ist. Lasst den Fortschrittsbalken laufen und sobald alles erledigt ist, sind wir am PC fast durch. Wird der Speichervorgang erfolgreich abgeschlossen? Drückt auf OK, dann ploppen einige Fenster auf. Ignoriert diese, schließt einfach die Fenster. Das sind die Linus-Partitionen, die wir aber momentan noch nicht brauchen. Entfernt kurz eure SD-Karte und steckt sie dann sofort wieder in euren Rechner. Es öffnet sich folgendes Fenster. Geht dann auf den Ordner Device-Trees. Hier müsst ihr jetzt das Gerät suchen, was ihr flashen wollt. Ihr erinnert euch, meine Smart-TV-Box hatte den M-Logic S905X3-Chip. Und mein Gerät hat 4 GB DDR-Rahmen. Deshalb suche ich jetzt nach dieser Datei entsprechend meines Gerätes. Und da unten ist sie auch schon. Diese kopiere ich jetzt in das Root der SD-Karte. Einfach einfügen und jetzt ist es wichtig, dass wir diese Datei umbenennen in dtb.img. Habt ihr das gemacht? Könnt ihr die SD-Karte entfernen und in eure Smart-TV-Box stecken. Steckt die SD-Karte nun also in den SD-Karten-Slot der Android-TV-Box. In meinem Fall eben der X96R. Dann schaltet das Gerät ein. Das Gerät bootet direkt in MU-ELEC. Dann schreibt MU-ELEC die notwendigen Partitionen. Das dauert eine ganze Weile und dann restartet sich das Gerät. Also nicht wundern, erst wenn sich das Gerät restartet, landet ihr in euch vielleicht aus den ganzen Schienenhändels bekannten MU-ELEC-Menü. Ist das soweit, dann könnt ihr jetzt die TV-Box wieder ausmachen und die SD-Karte in euren PC stecken. Habt ihr den X2-FSD-Treiber installiert, wie eingangs von mir erwähnt, dann könnt ihr auf das MU-ELEC-Laufwerk zugreifen und im Ordner ROMs seht ihr dann alle Ordner, die ihr benötigt und wo ihr dann eure ROMs reinschieben wollt. Habt ihr das getan, könnt ihr die SD-Karte wieder in euren Android-TV-Box stecken. Wenn ihr alles richtig gemacht habt und eure SD-Karte mit MU-ELEC und euren ersten ROMs in der Android-Box drin habt und diese gestartet haben, dann findet ihr euch in diesem Menü wieder. Und hier seht ihr auch schon, dass unten die Spiele angezeigt werden. Das wird bei euch alles ein bisschen anders aussehen, denn ich habe schon das eine oder andere vorkonfiguriert und wie genau ich das gemacht habe, werde ich euch jetzt zeigen. Drückt auf den Controller Start. Eine Sache noch, die ich vorhin vergessen habe zu erwähnen. Entschuldigt bitte, wenn ihr das erste Mal MU-ELEC in der Android-TV-Box bootet mit dem frisch geschriebenen Image, dann werdet ihr zum Schluss aufgefordert, euren Controller zu mappen. Macht also Sinn, dass ihr diesen dann bereits mit der TV-Box verbunden habt, ob jetzt per Bluetooth oder eben USB. Und sobald das geschehen ist, könnt ihr das Menü ganz normal mit dem Controller navigieren. Und bei mir seht ihr, ich habe schon deutsche Sprache, bei euch wird es die englische Sprache sein. Das könnt ihr aber in den Systemeinstellungen hier unten umstellen, indem ihr dann einfach hier bei Sprache Deutsch einstellt. Dann würde ich an eurer Stelle hingehen und die Netzwerkeinstellungen konfigurieren. Meine werde ich euch an dieser Stelle natürlich nicht zeigen. Steht euer Netzwerk. Ihr müsst ganz normal euer Netzwerk suchen. Wie gesagt, die Android-TV-Box hat Wi-Fi und wenn ihr euer Passwort angegeben habt, dann seid ihr mit dem Internet verbunden. Und dann könnt ihr zum Beispiel unter Aktualisierungen, opa, jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt, unter Aktualisierungen könnt ihr hier euch auch andere Themes herunterladen. Zum Beispiel richtig, richtig, richtig cool. Dauert ein paar Minuten und schon ist das Theme dann auf eurem Gerät drauf. Ich zeige euch mal ein paar Themes, die ich mir heruntergeladen habe, weil ich persönlich finde dieses Theme jetzt nicht ganz so geil, nicht optimal. Ihr könnt das aber ändern, wenn ihr auf UI-Einstellungen geht, dann mit B bestätigt und dann hier bei Theme Set könnt ihr euch ein anderes Theme zurechtlegen. Ich persönlich habe zwei Favoriten, die ich richtig cool finde, sagen wir fast sogar drei. Ich habe mir das Theme ES, Theme New MULG heruntergeladen. Das ist ziemlich cool, zeige ich euch mal. Das sieht dann so aus, viel, viel ansprechender, wie ich finde. Und hier habe ich auch schon meine Systeme. Wir haben Gameboy, Super Nintendo, das sind eben die ROMs, die ich mir draufgeladen habe. Und sobald ihr auch nur eine ROM eines Systems draufladet in die entsprechenden Ordnung, wie ich euch gezeigt habe, taucht das Gerät dann hier auch schon auf. Richtig cooles Theme, wie ich finde. Es gibt aber auch noch andere, ich zeige euch noch zwei andere. Das ist auch nicht schlecht, wie ich finde. Auch wenn ein wenig unübersichtlich, da fand ich das andere schon deutlich besser. Aber auch das ist nicht schlecht. Hat so einen schönen Retro-Charakter. Und das letzte Theme, was ich euch zeigen möchte, ist auch sehr, sehr geil. Das ist dieses hier. Erinnert so ein bisschen an die Switch mit den Kacheln da unten. Aber auch sehr, sehr schick, weil sich da auch natürlich das Image oben, also das Bild oben, ja zum jeweiligen System nochmal ändert. Sehr, sehr nice. Aber mein aktueller Favorit ist und bleibt eben das New EMU-Elect-Team. Deshalb gehe ich da nochmal drauf. Und sobald ich hier drauf bin, kann ich zum Beispiel sagen, ich habe Bock auf Game Boy. Dann gehe ich da drauf und dann werden da meine ROMs angezeigt. Und wie ihr seht, habe ich hier auch schon, ja, das Ganze so vorkonfiguriert, dass ich mir auch schon Screenshots gezogen habe. Und auch eine Beschreibung zu den Spielen, sodass ich da gucken kann, okay, was ist das denn für ein Spiel? Um was handelt es sich denn dabei? Ich kann sogar einen Schritt weiter gehen und zum Beispiel, aber jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt, Select drücken und dann hier auf Spieleliste, Wahl auf Video klicken. Dann werden mir sogar Videos eingespielt und ich kann dann hier mir einen ersten Eindruck verschaffen, was das denn für ein Spiel ist, was ich denn da so spiele. Aber ich persönlich begnüge mich da auch schon mal mit, na wo ist es denn, mit den normalen Screenshots. Das reicht mir für meinen Fall und dann kann ich so eben durch die ganzen Games klicken. Wie ihr seht, ist nicht alles drin, das liegt aber daran, dass ich noch nicht alles gemacht habe. Ihr könnt nämlich zu euren ganzen Spielen, die ihr hier drin habt, die ganzen Screenshots oder auch Videos herunterladen. Das habe ich in meinem Fall noch nicht komplett geschafft und werde es im nächsten Morgen oder in den nächsten Tagen nochmal nachholen. Aber die meisten hier sind schon bei mir mit Screenshots oder ich zeige es euch beim DS nochmal auch mit Videos unterlegt. Jeder so, wie er mag. Wie ihr das auch schafft, zeige ich euch an dieser Stelle auch nochmal kurz. Wenn ihr auf Start drückt, habt ihr den Menü Scrapen, den Menüpunkt Scrapen. Geht da drauf, dann könnt ihr hier euch zwei Quellen auswählen. In The Game Database, da kriegt ihr Packshots oder halt Screenshots her oder bei Screenscraper, da gibt es noch ein bisschen mehr. Da könnt ihr dann hier hingehen und sagen Scrape starten. Ihr könnt euch auf der Plattform anmelden, wenn ihr wollt. Dann geht der Download ein bisschen schneller und ihr könnt ein bisschen mehr am Tag downloaden. Aber ihr könnt das Ganze auch ohne Anmeldung machen. Dann sagt ihr Scrape starten. Hier könnt ihr auswählen, ob nur fehlende Medien heruntergeladen werden wollen. Und ob ihr das für alle Systeme machen wollt oder nur für ein bestimmtes. Und dann könnt ihr das Ganze starten und dann lädt das Gerät euch die Dinge alle automatisch runter. Und wenn ihr dann Bock habt zu spielen, dann könnt ihr das natürlich auch tun. Wir nehmen jetzt einfach mal, was nehmen wir? Dann gehen wir auf mal Neo Geo. Dann sagen Arrow Fighters 2 Sonic Wings. Dann klicke ich da auf B und er startet das Spiel. Das Ganze funktioniert per RetroArch, wie bei den ganzen China Handhelds auch. Und wenn das geschehen ist, dann lädt er einmal rein und wir können sofort loslegen. Ziemlich, ziemlich cool. Und das Schöne bei RetroArch, je nachdem, wenn ihr meine anderen Videos zu den ganzen China Handhelds kennt. RetroArch geht ja hin und mappt euch die Controls automatisch. Das heißt, auch da braucht ihr nichts weiter zu tun. Euer Controller wird sofort erkannt, für euch konfiguriert und ihr könnt sofort loslegen. Wie ihr seht, hier spiele ich dann Neo Geo Sonic Wings 2. Richtig schönes Shoot'em Up habe ich damals das erste Mal auf dem Super Nintendo gezockt. Aber jetzt werdet ihr euch ja fragen, was kann das Gerät denn? Denn so normale 2D-Spielchen, Arcade-Spiele, Game Boy, das können ja andere Geräte auch. Wieso habe ich mir ausgerechnet ein Gerät mit dem M-Logic S905X3-Chip geholt? Das kann ich euch sagen. Ich gehe hier mal kurz aus RetroArch raus, ins Menü zurück. Denn dieser Chip, den ich mir gekauft habe, der kann auch sowas wie Nintendo 64. Ich gehe mal kurz rein. Hier seht ihr meine Spiele. Und wenn ich dann zum Beispiel, was nehmen wir denn, Banjo-Kazooie spielen will, dann tue ich das. Drücke da nochmal B. Er lädt mir auch hier in RetroArch. Hinterlegt ist der Mupen 64 Core. Also der, den ich auch auf dem Nvidia Shield benutze. Und schon geht es los. So, und da ist Banjo-Kazooie. Wir alle kennen wahrscheinlich dieses Intro schon zuhauf gesehen. Die Auflösung ist natürlich nicht so hoch wie auf der Nvidia Shield. Ich kann jetzt also hier nicht bis 4K hochschalten. Aber die Auflösung ist durchaus okay. Vor allem, wenn man die Performance der Spiele von Original Hardware kennt. Also ihr werdet hier jetzt keine 1080p oder 4K Auflösung rausholen können von den Emulatoren. Dann geht auch diese Hardware in die Knie. Aber um die Spiele in, ja ich sag mal, normaler Performance zu spielen. In Auflösungen, wie wir sie auch von Original Hardware kennen. Bis maximal 480p, da schafft dieses Gerät hier eindeutig. So, hier seht ihr dann, bin ich im Hauptmenü und kann jetzt hier auswählen, welche Sprache ich sprechen möchte. Das kennen wir ja schon alles. So, Deutsch. Und dann geht es eben los mit Banjo-Kazooie. Ich zeige euch aber trotzdem noch ein paar Dinge. Wenn zum Beispiel der Emulator mit einem Spiel Probleme machen sollte, dann kann man das alles einstellen. Das ist halt ziemlich, ziemlich cool. Man geht hier auf Erweiterte Systemoptionen und kann hier bestimmen, welchen Emulator man denn benutzen möchte. Beziehungsweise welchen Core. Und der, der jetzt gerade voreingestellt ist, damit habe ich persönlich halt sehr gute Erfahrungen gemacht. Machen wir noch ein Spiel an. Was machen wir denn? Nehmen wir mal F0. Gehen da mal rein. Und dann zeige ich euch das da auch nochmal. PSP-Performance und Dreamcast-Performance ist okay. Bei PSP müsst ihr schon Frameskip aktivieren. Da ist die Hardware nicht ganz so geil für. Aber es ist durchaus spielbar. Und es gibt ja auch viele PSP-Spiele, die ja nicht ganz so Hardware-hungrig sind. Die ganzen PSP-Rollenspiele werdet ihr damit wirklich gut spielen können. Was damit hervorragend funktioniert, ist aber auch zum Beispiel sowas wie DS geht natürlich auch sehr, sehr gut. Und lässt sich mit dem Controller auch schön steuern, weil ihr den Stift des DS mit dem rechten Analogstick steuern könnt. So, und hier seht ihr, bin ich gerade in F0 drin. Also, wenn ihr Bock habt auf, ich sag mal, NES bis Playstation und N64, habt ihr mit dem M-Logic S905X3 Chipset und dieser Android-Box absolut keine Probleme. Einfach Roms draufladen und losspielen. Die Performance ist 1A. Ich zeige euch jetzt noch ein finales Nintendo 64-Spiel. Das ist eins, was ein bisschen schwieriger zu emulieren ist. Und zwar ist das Ganze... Na, wo ist es denn? Falsch. Runter wollte ich. GoldenEye 007. Damit haben einige Geräte Probleme. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wieso. Das ist ja ein recht frühes Nintendo 64-Spiel. Trotzdem kriegen nicht alle Geräte die Emulation des Ganzen hin. Und auf der Android-TV-Box, die ich hier habe, auf dem X96R, funktioniert das wirklich sehr, sehr gut. Das seht ihr auch schon hier, wie es gerade ins Spiel lädt. Und ich starte jetzt einfach mal das erste Level. Viel mehr habe ich nämlich zu Testzwecken noch gar nicht probiert. Gehen wir mal rein. Und dann gucken wir uns mal, wie die Performance des Ganzen ist. Und mit dem Xbox 360-Controller lassen sich Nintendo 64-Spieler auch sehr gut spielen. Denn dort werden die C-Knöpfe einfach auf den rechten Analog-Stick gemappt. Und der Z-Trigger ist dann im Endeffekt LT. So. Ihr seht. Wir spielen GoldenEye. Und nochmal, es ist keine 4K-Auflösung. Also es ist jetzt nicht so, dass man den Emulator bis auf 4K hochdrehen kann. Ihr könnt es versuchen, aber dann geht der Nintendo 64-Emulator in die Knie. Wer aber Nintendo 64 spielen will und keine Nintendo 64 mehr hat oder keine Möglichkeit hat, diese an einem modernen Fernseher zu betreiben, der wird mit so einer Android-TV-Box recht gut klarkommen, denke ich. So. Das war GoldenEye an der Stelle. Und wir gehen mal kurz ins Menü. Und ich zeige euch nochmal die anderen Systeme. Super Nintendo geht da mit 1a. Natürlich auch Game Boy, Nintendo PC Engine. Die Capcom PC S123 Games. Wonders One habe ich mit drauf getan. Ein paar Mami-Dinger. Nintendo DS geht wunderbar damit. PSP. Müsst ihr schon Frameskip aktivieren? Hatte ich euch ja gesagt. PlayStation ist aber fantastisch. Absolut nichts zu meckern. Bei PlayStation Neo Geo Pocket funktioniert. Neo Geo funktioniert. Dreamcast ist okay. Saturn ist okay. Bei Dreamcast kommt es eben auf das Spiel und auch auf den Emulator an. Ich zeige euch jetzt hier einfach mal Virtual Tennis. Aber dann werdet ihr ein Gefühl dafür haben, wie denn Dreamcast Spiele hier laufen. Es ist nicht schlecht, aber definitiv nicht meine Go-To-Konsole oder Android TV Box, wenn es eben Dreamcast ist. Es soll TV Boxen geben, die deutlich stärker sind. Die kosten dann dementsprechend auch mehr. Da zahlt ihr keine 50 Euro für, sondern schon mal 150 bis 200 Euro. Aber die sind so stark, haben so gute Chips, dass dann auch PSP und Dreamcast kein Problem ist. Aber grundsätzlich haben wir halt das gemacht, was man bei einem Raspberry Pi auch macht. Man flasht sich MU-ELEC auf eine SD-Karte, packt da die ROMs drauf und kann eben loszocken. Mehr ist es hier eigentlich auch nicht. Und ja, die Performance, wie gesagt, ist wirklich herausragend. Das Schöne ist, ihr braucht da nichts an der TV Box an sich zu ändern. Bedeutet also, ihr könnt hier hingehen und eure TV Box ganz normal am Fernseher betreiben. Könnt eure YouTube Kanäle und eure Netflix Serien und Amazon Filme gucken. Und sobald ihr Bock aufs Zocken habt, geht ihr einfach nur hin, steckt die SD-Karte rein, macht die TV Box an und könnt sofort loszocken. Ist das nicht genial? Ich finde das richtig klasse. Und ja, finde ich einfach nur geil, dass dieses Experiment, was der Kollege Eta Prime da gezeigt hat, auch bei mir anstandslos funktioniert hat. Und ja, ich habe mir gedacht, wozu für mich noch so eine Emulatorenmaschine? Ich habe ja schon genug. Deshalb habe ich mich entschlossen, das Ganze an euch, meine Community zu verlosen. Und wie genau das geht, zeige ich euch dann gleich ganz am Ende nochmal genauer. Aber ja, das war's. Ihr braucht also nichts anderes als so eine Box, eine SD-Karte, das Image und ein paar ROMs. Und dann könnt ihr auch schon sofort loslegen. Wie ihr seht, ist das richtig cool, ziemlich easy. Ihr braucht eigentlich nur eine herkömmliche SD-Karte und schon könnt ihr loslegen. Aber wie gewinnt ihr jetzt das Ding hier bei mir auf dem Kanal? Nun, das ist ganz einfach. Ich habe ja schon gesagt, das ist ein Community-Gewinnspiel. Dementsprechend müsst ihr natürlich zuallererst Abonnent dieses Kanals sein und dann natürlich einen Kommentar verfassen. Ich werde euch eine Woche Zeit geben. Das heißt, nächstes Wochenende am Samstag lose ich dann den Gewinner aus und werde gucken, wer dann von euch meine Android-TV-Konsole bekommt. Und damit ich auch weiß, wie bei den anderen Gewinnspielen bei mir in letzter Zeit, dass ihr überhaupt Bock auf das Gerät habt, schreibt mir bitte in die Kommentare den Hashtag Android-Retro. Damit ich weiß, dass ihr auch an dem Gewinnspiel teilnehmen wollt. Und das war's auch schon von mir. Ihr könnt jetzt also selber loslegen und basteln, wenn ihr eine Android-TV-Box besitzt oder haut in die Tasten und nehmt am Gewinnspiel teil. Mich würde jetzt natürlich eure Meinung zu dem Ganzen interessieren. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin jetzt aber erstmal weg. Ich bedanke mich bei euch für die Aufmerksamkeit. Adios, tschüss, euer Andi.